Ihr Lieben, ich lese in letzter Zeit vermehrt Kommentare zur Für Immer Tour jetzt im Herbst zurecht und deswegen melde ich mich bei euch jetzt. Ich freue mich auf diese Tour schon so lange genauso doll wie ihr und die aktuelle Situation stellt uns aber echt vor einige Herausforderungen. Und genau dafür bitte ich noch um Verständnis und ein bisschen Geduld. Live Nation, mein Tournee-Veranstalter, checkt gerade im Hintergrund alle Möglichkeiten und sucht nach Lösungen. Und sobald ich da irgendwas sagen kann, werde ich mich natürlich bei euch melden und euch Bescheid geben. Dann habt einfach noch ein bisschen Geduld und dann melde ich mich und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Dankeschön.